Musik ... und dann die Appel auf den Garten. ... und dann die Appel auf den Garten, die sich aufgreifen. ... und dann die Schauch. ... und dann die auch zwei Beine vermeiden. ... und dann die Garten. 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 Ich habe jetzt noch mal ganz viel gefallen. Jetzt hat es sich vorgearbeitet. Und da wollen wir natürlich auch mal schauen, wer das genau ist. Zumindest konnte ich schon mal erklären, dass es 2 mal los ist. Dann kommt Performance-Racing und dann noch mal Los. Das ist ja ein sehr bekanntes Film. Das ist auch das Film, was ich gestern so gesehen habe. Und hier liegt einer vorne, nämlich Emil Wärmser, laut Sonitor, gefolgt von Navi Kölz und von Thomas Jäger. Thomas Jäger, der hat gestern auch wieder ganz vorne mit dabei gewesen.